Kinder, was war das für ein Spieltag letztes Wochenende? Ganz viele Überraschungen und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht rum. Wir gehen direkt rein in die Analyse. Wie lief der private Spieltag? Wie lief die Challenge? Und welche Learnings nehmen wir mit? Das beantworten wir gleich im Matchday-Radar. Erstmal aber Moin und Hi zu Liga Insider Daily mit mir, dem Max. Lasst mir immer sehr gerne ein Abo da, wenn ihr zum ersten Mal hier seid oder euch das Ganze gefällt. Und lasst uns mal versuchen, die 200 Likes zu knacken. Lasst jetzt mal ein Like da, wäre auf jeden Fall ein absolutes Träumchen. Und damit gehen wir rein ins Video und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Damit sind wir auch drin und starten direkt mal mit dem, was am Wochenende abging, in der Challenge. Denn das war okay. War jetzt nicht überragend, aber war wirklich in Ordnung. 1149 Punkte unterm Strich. Ist natürlich wieder Welten von 2000 oder so entfernt. Aber das, was Rafael Guerrero gemacht hat, das war schon erste Sahne. 342 Punkte mit einem Tor und zwei Vorlagen. Hofmann war krank, wobei, da wäre noch deutlich mehr drin gewesen. Also der hätte ja noch zwei Tore schießen können und noch zwei Tore vorlegen. So viele Chancen, wie der hatte, ist es schon fast tragisch, dass der nur 280 Punkte hat und nicht deutlich mehr. Aber gut, was will man machen? Kimmich in Ordnung, einziger Torschütze gegen Leverkusen. Wolf gut gepunktet und auch Akpoguma. Dafür, dass der Typ irgendwie drei Millionen wert ist, ist das aller Ehren wert. 120 Punkte. Der Rest ist natürlich extrem enttäuschend. Aber alles in allem hat es gereicht, um den NASA-PC zu schlagen. Denn der hat nur 1109 Punkte gemacht. Das bedeutet, ich habe genau 40 mehr gemacht. Und ich blende euch das Team jetzt nochmal ein. Natürlich bitter, dass Kempf nicht gespielt hat. Wobei, in der Partie gegen Hoffenheim vielleicht war es sogar das Beste, was dem PC passieren konnte. Jens so ein bisschen verkackt mit Haidara natürlich komplett ins Klo gegriffen. Und der Rest ist relativ deckungsgleich mit Pavard, der den Elfmeter verschuldet hat. Mit Werner, der nichts getroffen hat und so weiter und so fort. Aber ich bin sehr, sehr happy, das zweite Mal in Folge den PC geschlagen. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und in der privaten Liga, da lief es besser als letzte Woche. So viel kann man zumindest sagen, wie genau, das zeige ich euch jetzt. Und auch da fing das Wochenende wirklich enorm gut an. Mit Jonas Hofmann und Luca Netz, wobei der jetzt zugegebenermaßen nicht so berauschend war. Aber was Hofmann dahin genagelt hat, das war schon echt richtig beeindruckend. Wobei, man hat halt eben eine Chance nach der anderen gesehen, die dahin gegangen ist. Entweder von Hofmann selbst oder von Thüram, der irgendwie 10 Großchancen pro Spiel versemmelt. Bitter, wenn Hofmann alle vorlegt. Wie gesagt, da hätten 3 Vorlagen und 2 Tore stehen können. Aber nichtsdestotrotz ist man Freitagabend entspannt schlafen gegangen. Mit Jonas Hofmann und 284 Punkten. Und was dann folgte, war wirklich eine Enttäuschung nach der anderen. Also einzig und allein Maxi Arnold hat einigermaßen abgeliefert. Und auch von Christensen erwarte ich mir eigentlich nicht mehr als diesen 80er-Schnitt. Aber holy moly, was ging denn bitte beim Rest? Kolo Moani, der Typ hätte alleine 3 Dinger machen können. Gegen Union Berlin. Jens, okay. Endika, keine Ahnung, was bei dem abgeht dieses Jahr. De Ligt, 44 Punkte gegen Leverkusen. Brutal enttäuschend. Diogo Leit, ganz lange auf der Bank gesessen. 19 Punkte am Ende. Swanberg die komplette Partie draußen gelassen. Und Höhler auch erst kurz vor Schluss reingekommen. Dann noch ein Tor kassiert. Minus 7 Punkte. Und ich sag euch sofort, da ist mir der Geduldsfaden gerissen. Den hab ich umgehend vertickt. Da hab ich keine Lust mehr drauf. Den hab ich zu lange durchgezogen. Hab aber schon Ersatz. Einmal Tabsobar und auch Florian Neuhaus hab ich mir zugelegt. Und ich werd die Länderspielpause jetzt richtig nutzen. Da wird's nochmal ein Video zu geben. Erstmal aber jetzt die Learnings aus dem 25. Spieltag. Die gibt's jetzt in unserem Matchday-Radar. Genau, und da haben wir nach diesem Spieltag wirklich einiges zu besprechen. Und wir starten direkt mit Lukas Höhler. Über den bin ich ja eben schon hergezogen. Hat in den letzten 6 Partien nur einmal getroffen. Dazu zweimal auf der Bank gesessen. Und die Punkte ausbeutet, die ist wirklich alles andere als vorzeigbar. Deswegen hab ich den ja auch verkauft. Aber, ich möchte euch daran erinnern, dass Michael Gregoritsch seine 5. gelbe Karte bekommen hat. Das bedeutet Höhlers Startelf-Einsatz gegen Hertha am nächsten Spieltag. Der ist so gut wie sicher. Und da ist natürlich einiges drin. Da könnte ein Knoten platzen. Deswegen, wenn ihr jetzt nicht so genau wisst, wen soll ich dafür holen, dann ist es natürlich auch eine Möglichkeit, den mitzuschleppen über die Länderspielpause. Aber ihr müsst euch natürlich auf einen ganz doll sinkenden Marktwert einstellen. Das ist natürlich klar. Weiter geht's mit Benjamin Pavard. Und der sah am Wochenende wirklich alles andere als gut aus. Elfmeter verschuldet. Minus 21 Punkte. Steht aber stellvertretend für alle Bayern-Spieler. Leute, das waren Ausrutscher. Ja, also die werden wieder gut punkten. Die werden wieder gute Spiele machen. Deswegen keine Panikverkäufe. Bayern-Spieler behalten. Und gut ist. So, der nächste im Bunde ist Luka Netz. Und auch da stellen wir uns die Frage, was machen wir jetzt mit dem? Denn der hat Rami Benzebaini in den letzten beiden Partien, in denen er gesperrt war, ersetzt. Und das eher so mittelmäßig. Und der Algerier ist ja nach der Länderspielpause dann auch wieder zurück. Ich würde jetzt erstmal den Marktwert mitnehmen. Die Marktwertsteigerung von Luka Netz. Vielleicht kommt ja noch eine Aussage von Daniel Farke in den nächsten beiden Wochen, aus der man dann was schließen kann. Und so lange würde ich den auf jeden Fall erstmal behalten. Und zu guter Letzt haben wir Philipp Max. Und auch hinter dem steht ein fettes Fragezeichen. Denn der durfte weder in der Champions League noch in der Bundesliga zuletzt von Beginn an ran. Beide Male startete Christoph Lenz. Aber auch da würde ich euch zur Geduld raten. Denn Max hat das eigentlich immer ganz gut gemacht, wenn er gespielt hat. Und die Frankfurter, die sind am nächsten Spieltag nach der Länderspielpause, wenn es wieder losgeht, schon Freitagabend dran. Das bedeutet, ihr könnt die Aufstellung einsehen. Und auch an dem würde ich erstmal festhalten an eurer Stelle. So, und jetzt. Wer ist neu auf dem Radar? Und da müssen wir natürlich Mo Dahoud nennen. Der hat ein wahnsinns Spiel gemacht. Die Dortmunder haben die Kölner sowieso komplett zerpflückt. 137 Punkte. Aber das Ganze müssen wir so ein bisschen in Relation setzen. Denn der durfte ja nur ran, weil Can gesperrt war. Und Ötcan kurzfristig ausgefallen ist. Deswegen glaube ich, war das eher so eine Eintagsfliege. Ich würde jetzt nicht komplett overpayen. Vielleicht ist es ein Spekulationsobjekt. Mehr aber auch nicht. So, dann haben wir zwei Bremer. Einmal Zetera und einmal Kiarodia. Beide relativ kurzfristig eingesprungen. Zetera natürlich wegen dem Ausfall von Pavlenka und Kiarodia, weil es einen Engpass gab. In der Bremer Abwehr, Friedl und Veljkovic beide nicht zur Verfügung gestanden. Und der Zetera hat das überragend gemacht. Kiarodia hat das, ja, ganz gut gemacht. Aber der ist natürlich auch immer noch super jung ohne Spielpraxis. Beide werden aber wohl wieder rausrutschen nach der Länderspielpause. Von daher auch da auf jeden Fall die Füße stillhalten. Dann haben wir Stevan Jovetic. Der hat getroffen gegen Hoffenheim und ist vielleicht aktuellen kleinen Gamble wert. Kostet eine Million. Allerdings glaube ich nicht, dass Sandro Schwarz dauerhaft auf den setzt. Und zum anderen ist der so oft verletzt. Der macht vielleicht ein, zwei Spiele und dann ist er eh wieder raus. Also auch den auf jeden Fall mit Vorsicht genießen. Und dann haben wir noch Mohamed Simakon. Der durfte nach Ewigkeit mal wieder ran. Gegen Bochum hat Hendricks ersetzt. Aus Gründen der Belastungssteuerung, denke ich mal. Und hat seine Chance aus meiner Sicht überhaupt nicht genutzt. Ganz viele Fehler. Wirklich ein großer Unsicherheitsfaktor. Also wird, denke ich, keine Rolle spielen nach der Länderspielpause. Vielleicht sogar Klostermann noch als eheste Konkurrenz für Hendricks. Also Simakon würde ich mir aktuell auf keinen Fall anlachen. Auch wenn er jetzt mal gespielt hat gegen Bochum. So und jetzt kommen wir zu Kandidaten. Auf die können wir richtig Auge machen als Manager. Nach dem letzten Spieltag. Und wir starten mit zwei Dortmundern. Und zwar Sebastian Haller und Daniel Marlin. Und gerade bei Haller, das ist witzig. Ich habe gesagt, die Dortmunder haben ein Stürmerproblem. Vielleicht darf Modest sogar mal ran gegen den alten Arbeitgeber. Und vielleicht muss ich einfach ein bisschen mehr meckern. Dann fängt Haller an zu knipsen. Zwei Tore gegen Köln. Freut mich persönlich für den extrem. Und auch Daniel Marlin mit einer Top-10-Performance. 278 Punkte Tor und Vorlage. Auch den muss man auf jeden Fall mal im Auge behalten. Und ich möchte über einen weiteren Stürmer sprechen. Aus dieser Partie. Und zwar Davy Selke. Denn das muss man einfach erwähnen. Der hat in den letzten beiden Partien beim 1. FC Köln mit Abstand am besten gepunktet. Ich glaube knapp 90 Punkte gegen Bochum. Und jetzt ein Tor gemacht gegen Dortmund. Knapp 100 Punkte. Also den sollte man für den Preis auf jeden Fall aktuell auch auf der Rechnung haben. Und wir machen direkt weiter mit Stürmer-Power. Und zwar mit Andrej Kramaric und mit Ilas Bebu. Denn die beiden Hoffenheimer Stürmer, die haben sich wohl gefunden. Und vor allen Dingen Kramaric hat das letzte Spiel gegen Freiburg 90 Minuten lang auf der Bank gesessen. Jetzt zwei Treffer gegen Hertha. Gut, beide vom Punkt. Aber trotzdem auch den sollte man mittlerweile jetzt wieder auf der Rechnung haben nach dieser Partie. Und auch Bebu hat getroffen gegen die alte Dame. Ist aktuell zu haben für kleines Geld. 4,3 Millionen. Und die nächsten Gegner sind Schalke und Werder. Also da ist auf jeden Fall offensiv was drin. Also die kann man aktuell auf jeden Fall mal riskieren. Dann Kevin Behrens und der hat mit seinem Joker-Tor gegen Frankfurt Werbung gemacht. In eigener Sache und sich für weitere Startelf-Einsätze nach der Länderspielpause empfohlen. Saß ja zuletzt nur auf der Bank. Könnte also dann wieder eine Rolle spielen und ist aktuell auch echt ein Gamble-Wert mit 5,7 Millionen. Und zu guter Letzt haben wir Florian Neuhaus. Da hat man das Gefühl, der findet immer mehr zurück. Zu alter Stärke. Das zweite Mal in Folge jetzt von Beginn an gespielt. Torgeschossen. Ruhig bleiben. Es war nur ein Spiel. Ja, ich weiß. Aber sein Marktwert, der wird jetzt steigen über die Länderspielpause. Deswegen würde ich den mal mitnehmen und darauf hoffen, dass er seinen Platz findet im System von Daniel Farke und sich dann wieder zum Stammspieler, so wie in guten alten Zeiten dann entwickelt. Und alles was jetzt kommt, ist wirklich heiß wie Frittenfett. Und da kommen wir um eine Personalie natürlich nicht herum. Und das ist Rafael Guerreiro. Denn was der macht, alter Schwede, das ist wirklich geisteskrank. Der ist komplett on fire. Ich glaube 260 Punkte im Schnitt in den letzten 5 Partien. Und dieser Positionswechsel auf die 8 war das Beste, was dem passieren konnte. Man kann wirklich jedem Besitzer nur gratulieren. Und jeder, der ihn nicht hat, so wie ich, ist aktuell wirklich nur zum Mäuse melken. So, dann haben wir Frederik Rönneau. Auch da können wir das Ganze kurz machen. Hat die letzten Spiele immer grüne Balken gehabt. Einfach richtig, richtig stark im Moment für kleines Geld oder relativ kleines Geld. Ein richtig guter Keeper. Dann Kilian Fischer. Und den haben wir aus dem Grund dabei, dass der, so wie es scheint, das interne Duell gegen Riedle Baku auf der Rechtsverteidigerposition für sich entschieden hat. Denn Niko Kovac meinte auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Stuttgart, in der Hinrunde hatte Riedle den Vorzug, jetzt Kilian. Und das lässt ja schon einige Schlüsse ziehen, wo das Ganze dann hinführt in den nächsten Wochen. Dann haben wir Patrick Osterhage. Und der kommt vielleicht für den einen oder anderen überraschend. Aber der hat die letzten drei Partien allesamt von Beginn an gespielt. Gegen Köln fast 100 Punkte. Gegen Leipzig über 110. Und der kostet aktuell gerade mal 500.000. Also das ist der prädestinierte Lückenfüller. Den müsst ihr euch anlegen über die Länderspielpause. Da führt kein Weg dran vorbei. Dann Exiquiel Palacios. Klar, Doppeltorschütze gegen Bayern. Matchwinner, 2 Elfmeter. Auch die Wochen davor schon zweimal grüne Balken hingeballert. Das Ganze gibt es für 9,5 Millionen. Also ein wahnsinniges Preis-Leistungs-Verhältnis. Den würde ich mir unbedingt zulegen in der Länderspielpause, wenn es denn irgendwie möglich ist. Der ist wirklich richtig, richtig gut drauf. Dann haben wir Arne Meier. Zwei Tore in den letzten drei Partien. Beim FC Augsburg entwickelt sich immer mehr zum Führungsspieler. Und das Ganze gibt es für unter 5 Millionen. Und zu guter Letzt haben wir noch Jonas Hofmann. Und auch über den haben wir schon gesprochen. Richtig gut gespielt am Wochenende. Da wäre noch mehr drin gewesen. Knapp 290 Punkte. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Hat gezeigt, dass er einer der Besten im Spiel ist. Und auch den kann man sich richtig gut zulegen. So, das war es dann für heute. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wen ich vielleicht vergessen habe. Und dann sehen wir uns morgen wieder in alter Frische. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.